Moins liebe Leute, ich heiße Steven Gietchen und ich wollte euch nur ganz kurz Bescheid sagen, dass ich am 24. Juli, wie man so schön in Hamburg sagt, ab 18 Uhr in der großartigen Reihe Rundum im MIZ in Babelsberg Rede und Antwort stehen werde. Und zwar zu allen Fragen, die euch interessieren, übers Fernsehen, über Filme, nicht übers Fernsehen, nicht über Filme, über mich, nicht über mich, was ihr fragen wollt. Stellt mir die Frage, ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr seid dabei. Also wie gesagt, am 24. Juli ab 18 Uhr. Bis dahin, liebe Grüße.